Ich vergesse das aber auch ständig, weil ich so gierig bin. Solange du draußen stehst, immer erst rein drohen. Nee? Ich brauch nen Wallhack. Ja, spiel rein. Da hast du nen Wallhack. Ja, schwul. Ich will morgen nicht arbeiten. Ich will die auch nicht. Du musst ja auch nicht. Null. Morgen ein bisschen schön schlafen, dann zu Oma gehen, essen, aufregulieren. Bisschen wichsen. Was? Eilen. Ich treff nicht mal Vater morgen Abend. Ja, wenn er Feierabend hat, irgendwie 17 Uhr oder so. Neul ist nicht bei mir. Wir müssen die Bio-Gefahrgutbehälter schützen. Oh, warum hab ich denn ne Pumpe? Ich geh oben an den Dropper. Ich mach'n Dropper. Mach deinen Dropper. Du machst immer den schwersten Operator und machst den Dropper zu. Hä, wer hat den schwersten Operator? Ja, Max hat er Echo. Ich bin Echo. Achso, Danny hat geoperiert. Ja, auch nicht. Ja, ich komm, ich hab noch einen Wagen. Meine Güte. Oh man, Hader, Stress nicht so. Soll ich ein bisschen was mit der Pumpe ausschieben? Lade neues Magazin! Große Tür, mach ich zu, die Zeile natürlich drauf. Nee. Ja, scheiße. Der kennt dich eigentlich immer gern. Er steht schon vor mir. Jetzt setzt doch das scheiß Schild, Mann. Ja, ich will jetzt eigentlich mit der Drohne rumfliegen, ey. Ich komm, ich hab noch ein Schild drauf. Blitz, 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 Treppe. Ey, ich bin tot. Ich hab ihn. Hä, warum kann ich denn nicht mehr schießen? Ich kann nicht mehr schießen! Warum kann ich nicht schießen damit? Nachladen und passen. Auch draufladen. Zeit. Jetzt erschließ ihn doch, du Idiot! Der steht mir im Rücken zu dir! Oh, Gottes Willen, ey. Jetzt muss ich mal laut werden, ey. Ich steck die Treppe. Also Main Stairs. Da ist noch einer für mich gespielt. Nein, natürlich nicht. In dem Raum ist noch einer. Ja, du bist witzig. Kann einer für mich irgendwas gucken? Seindlicher Scan steht an. Ich starte die Uhr. Hm. Da. Ja. Ja, ja. Ach, da ist Maria drin. Ja. Ja. Kaputt ist. Ja. Ob schon Lohn da ist? Ach, Schatz. Wie viel brauchst du denn? Nee. So viel haben wir schon nicht. Das wäre schön, wenn ich zu viel. Ich kann nichts sehen. Letzter verbleibender Gegner. Sie haben Ihre Versuche, den Behälter zu sichern, eingestellt. Hohohohoho. Finkern, Alter. Woh! Hättest du nicht, ne? Ja, ich dachte mir, ich vergiebe dem Dank sowieso, weil ich die scheiß Pumpe am Start habe. Ich helfe dir jetzt. Ganz ruhig. Ich würde der Finca nehmen, um mich wieder aufzuheben. Sonst einer fällt. Der Finca war super, Junge. Ja. Wohl wenn die Finca einen Boost drin hat, Alter. Egal wo du hin-aimst, kannst du durchziehen, passiert überhaupt nichts. Das ist wie Quake spielen. Den Standort des Bio-Gefahrgutbehälters finden. Ich fahrdrehe runter. Oder ne, ich guck erstmal in die Garage hin. Garage ist frei. Also S-Zimmer. Jetzt komm ich hier unten. Jetzt komm ich hier unten. Gute Arbeit, der Bio-Gefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Ja. Irgendeiner muss nur mit knapp mal in die Garage stehen. Einsatz in 10 Sekunden. Ja, das war ein Job. Äh. Wenn ich mein Kapital runterschießen kann, ist das? In einem geilen Fall. Weiter zum Bio-Gefahrgutbehälter und diesen sichern. Wo willst du denn lang? Wer hat er? Wo du lang willst, hab ich dich gefragt. Ich lade nach. Ja, warte ich schaue. Ah, unten an der Treppe guckt einer. Ja, deine Camps kaputt. Treppe runter, guckt einer. Wer hat mich? Ohhhh. Ohhhh. Weg, wie. Fotze. Oh, und dann noch mal. Ich fang... Oh, nee. Fang hoher aus. Hm? Ist reingelaufen in die Garage. Da, wo ich mich... Ja, wo ich mich... Ja, wo ich mich... Ja, wo ich mich auf dem Auto stehe. Weil ich fang. Wer ist denn da noch drin von uns? Na ja, du und Schlauze. Ich könnte auch eine Drohne stellen. Oh, geh doch aus deiner Camp, Alter. Ich kann nichts sehen. Oh, er ruft den Scheiß da rauf. Ah, Achtung! Da, äh... Ah, nee, jetzt kann das nicht. Ela ist richtig in der Arme. Zwei kamen die Treppe hoch. Achtung! Ja, da! Und noch, einer kommt! Eigener Trupp getötet. Ich bin mal, ey, keine Tatschüsse. Ach, Ela, ne? Ist aber gut, dass sie jetzt mehr verreist. Ich fand die vorher auch ziemlich stark, eigentlich, dass ich verpasse. Stark?! Fuck, nur P. Ja, jetzt nicht mehr, jetzt verreist die ja auch an dich. Vorher war natürlich noch ein bisschen schwierig, Alter. Am PC musstest du nicht mal scopen mit der... ...mem Laser. Du musst mal gucken, gibst mal Corny ein, wenn du mit das Spiel... Der hat einen Rottpunkt drauf und dann kannst... ...huchst du alles weg. Es gibt ja auch diesen Dot für den Fernseher oder so, ne? Den du in die Mitte machen kannst, um den Mittelpunkt der Waffe zu. Du kannst ja immer in den No-Score rumlaufen. Das ist voll nice. Nee, du hast ja zwei Spiele. Der landet ja nicht immer perfekt da drin. Oder? Nee, aber dann hast du immer... ...egal, ob du jetzt im Visier bist oder nicht... ...hast du ja immer ungefähr eine Einschätzung, wo du gerade bist... ...vom Aim her. Also bevor du dann halt L2 drückst, kannst du hier schon Feuer... ...drehen, weißt du? ...herher kommen die gar nicht hoch hier? ...her kommen die gar nicht hoch hier? Ah, bitte mal, bitte mal. 10 Sekunden. Keine Sorge mehr wegen der Granaten! Noch 5 Sekunden. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgutbehälter nicht gefunden. Sie versuchen ihn während des Angriffs aufzuspüren. Die Tür ist sicher! Ich glaub, die kommen straight von vorne. Haupteingangseite. Ja. Ich hab den hier aufgemacht. Ja, ich hab schon einen. Der ist unten, glaub ich, Schlafsäler, oder? Ich weiß nicht. Ich sag den hier. Ampfer ist da. Ah, um geht hier halt raus. Meine Munition! Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter. Sicher den Behälter. Häh? Den Bio und sicher den Behälter. Wechsel das Ziel! Weg! Wechsel das Ziel! Wow. Wie verhindert, wie verhindert! Was ist denn da? Wollen wir mal tauschen, willst du mal hier spielen, mit meinem Super-Controller-Setup? Magge Eigenbau. Ich glaube Max ist in der Phase, die ich auch schon mal besiegt hatte. Ja, ich muss nicht laufen, ne? Nee, wo man einfach keinen Platz hat. Also ich hab den mal vom Montag bis Weitag. Nee, ich kann mal packen. Wie gesagt. Team Nutz. So schnell hat man 6 Bier getrunken. Was meintest du? Hast du heute? Ja, egal. Wir sind da, wo wir waren, ganz oben. Nein. Scheint ja kontakt. Ich muss mal hochfahren. Was für ein bisschen geil. Zehn Sekunden bis Einsatz. 5 Sekunden. Bio-Gefahr-Boot-Behälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Schicke meine Drohne los. Kapkan. Kapkan. Kapkan geht wieder hoch. Ich wollte ja dann reingehen. Achtung, Bandit. Geht zur Außentreppe. Nee, wieder zurück. Wieder zurück. Und wieder hoch. Abfall. Und dann weg. Und dann weg. Und dann weg. Und dann weg. Abfall. Ja, wir brauchen alle zu 0. Hässe. Oh, 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 oh! Was passiert? Bände drüben. Euter. Und dann weg. Guck mal, wo ich hier bin. Ich bin auch ein Spawn. Ich bin auch ein Spawn. Ich bin auch ein Spawner. Halo. Was ist das? Das ist ein Scheiß. Halo. Ja, wir haben selbst ein bisschen geflasht. Es war eigentlich auch ein Zocker und ein Funeralizer. Ja. Das ist ja auch sehr erfolgreich. Hahaha. Fick dich im Schlafzimmer. Boah, hier ist ja alles am Start, Mann. Wie steht er denn weg? Scheiße, aber nichts mehr. Keine Granaten, ey. Ist das so? Hat er denn hingeschossen? Gefahrgut wird sichern. Nur noch ein Gegner übrig. Eigener Druck hat Gegner eliminiert. Ich bin wieder mit raus raus. Wieder mit raus raus. Ja, ist okay. Wie bitte? Ich will die Runde aber speichern wegen meinem tollen Schuss gerade. Ich höre ein wenig Mitstumst. Ich bin wieder. Ich höre ein wenig Mitstumst. Ja nicht. Ich bin die Runde. Ich bin ein wenig Mitstumst. Vielen Dank.